ja es ist heute ich bin's coolocke und packt die Glocken aus jetzt wird geklingelt denn heute ist schon mal ein bisschen mail-up von einer warfighter team deathmatch auf der mir keine ahnung habe ich jetzt gerade nicht lesen können war ein bisschen schnell weg sollte aber dann im titel stehen und ich werde die klasse nehmen angreifer natürlich so haben wir den ersten da ist noch einer der müsste jetzt hier gleich durchkommen und ja da war habe ich leider einen kleinen fehler gemacht und bin direkt vorgegangen obwohl ich noch nicht fertig war mit dem reloaden ja natürlich pech muss ich noch mal kurz das umstellen wo haben wir das denn tastenbelegung nein spiel wo war das denn testen so ok jetzt schauen wir mal ob es jetzt hinhaut ich habe zwei gerettet aber ok da waren erstmal zwei hintereinander sehr gut beziehungsweise eine hinter dem anderen so schauen wir mal da hinten geht was ab jetzt mal eine granate schmeißen oh da haben wir direkt einen sehr schön sehr schön laufen da hinten die treppen hoch alles klar haben wir sie beide gezogen ganz knapp ich gehe gleich da und da war noch einer ja das konnte ich natürlich nicht sehen ja 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 einige haben mich ja gefragt ob sich das lohnt das spiel zu kaufen und ich kann euch einfach nur empfehlen wenn ihr das spiel euch wirklich wenn ihr euch das spiel wirklich kaufen wollt dann holt es euch bei so einem keystore außer ihr seid noch nicht alt genug aber es sollte kein problem sein bei den meisten keystores kostet das spiel so ich glaube 27 euro ist glaube ich jetzt der billigste key nein warum habe ich da weg gescoped so da oben ist einer da ist noch einer sehr gut ah der ladet so langsam das ding nach oh da habe ich einen weg geholt mit dem noob tube sehr schön da irgendwo im finster sind da noch welche da unten läuft einer den haben wir sehr schön sehr schön sehr schön ok wir gehen jetzt mal nicht da rein alles klar wir warten hier mal kurz wo man oben am fenster oder unter mir ist was oder schauen wir mal ne ok gehen wir mal hoch ab ab da erwarten koordinat feuer ok 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 wir gehen mal unten durch vielleicht können wir ihn ein bisschen austricksen austricksen da ist noch einer da ist noch irgendwo einer aber ich habe keine mutation mehr das ist ganz schlecht nachschub kommt jetzt habe ich nachschub geholt wollte ich eigentlich gar nicht aber das hat eigentlich doch ganz gut gepasst fällt mir gerade so ein da ich ja eh keine mutation mehr hatte da habe ich mich wohl ein bisschen verdrückt ich wollte eigentlich die blink rakete holen aber aber funktioniert schon irgendwie aber da sind die von uns verdammt zu spät geschaut auch au 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 Ich muss das hier nehmen. Wo kann ich da hin? Okay, jetzt gibt es ja einen richtig guten Luftschlag. Den hatte ich noch nie freigespielt. Go to killstreak, aber keinen gekillt. Sehr gut gemacht. Hat sich ja richtig gelohnt, das Ding auszupacken. Oh ja. Oh ja, das war natürlich jetzt sehr gut. So, so, so. Gleich ist die Runde vorbei, glaube ich. Oh ja, noch zwei Kills müssen wir machen. Unser Radar ist ausgefallen. Bleibt in Denkung. Ein Kill noch. Sehr schön. Haben wir schon gewonnen. So läuft es. Oh yeah. Ja, 15,3. Ich glaube, ist ganz in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Je nachdem. Positiv oder negativ dürft ihr natürlich selber entscheiden. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Servus, Leute. Ich go. Ich go. Vielen Dank.